hallo willkommen zurück in der arena der muskelmanage besser gesagt jetzt geht es in den kampf gegen rino und eleanor nachdem sie uns letztes mal die den dings geluchst haben den schlüssel kugel wollen sie leider nicht in unser besitz bringen aber wenn wir uns jetzt in stellen sollte das klappen kurschen mit dio dann kann es losgehen seid ihr bereit durch den kampf zu stellen let's go jetzt geht es los Get him, one more movie though. Hast du den Kampf gegen die? Get him, one more movie though. Aber keine Ahnung was man da machen soll. Get him, one more movie though. Eigentlich wieder mal Schockanfälle, ich hab gedacht das passiert nie in diesem Spiel. Junge, echt jetzt? Da bist du. Echt jetzt? Bei Mama. Das war's dann. Das war's. 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 Ich bin Sieger, Schubertrinke! Ich... nie im Leben. Oder, Ruth? Ja. Geht doch gerade erst los. Verehrte Damen und Herren! Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nun bitte auf die Mitte der Arena richten würden! Hm? Denn für den Höhepunkt des Kampfes gibt sich doch tatsächlich ein ganz besonderer Gast hier! Ich bitte einen herzlichen Applaus für... ...die neue Direktor des wohlweltbekannsesten Energiegezertes... ...Rofus Schilder! Echt doch mal, Schubert! Wer hat denn damit gekriegt, dass ich den Versteck? Du, älter Schatz? Gute Führungskräfte, bei Kuzerböse! Anwiesung direkt nur kann man die ganz weißen Bewege! Herr Direktor! Was ist denn in Sie gefahren? Offiziell bist du noch immer ein Angestellter von Shinra. Hm. Ich dachte, ich setze dich am besten selbst vor die Tür. Warum frage ich überhaupt? Ich übernehme. Ihr schließt zu Song auf. Hm. Ist das für dich bloß ein Spiel? Hm. Du wirst jetzt der Marks regelt. Die Kontrahenten wollen dich abbilden! Denn die Rentner seien zu Halle bereit! Was für den kaltes Jahrhunderts Leute! Ein schlässernde Meetings waren gestern! Wer bei diesem Schlagabtausch abtürftet, ist selbst schuld! Dann wieder gegen Ufos Shinra mit seinem komischen Kanonenslide. Er hat nichts dazugelernt. Wie ging das nochmal gegen ihn? Ich habe leider keine Ahnung mehr. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, ich werde den Kampf wahrscheinlich verlieren. Und hat den in Angriff. Wie? Shinra das neue Direktor möchte sich von den Methoden seines Vaters lösen und die Firma reformieren. Um endlich das verheißene Land zu finden, stürzt er sich sogar höchstpersönlich in den Kampf in der Muskelmanage. Greift ihn an, während er gerade seine Waffe nachlädt. Oder konterer einen seiner Eingriffe mit einem ATB-Kommando, um den Schock anfällig zu machen. ATB-Kommands machen ihn länger verwundbar als gewöhnliche Attacken. Bestimmten Eingriffen, äh, bestimme Angriffe während des Nachlands oder nach seinen Attacken füllen die Schockleiste direkt auf. Wirksam ist gar nichts. Er ist immun gegen Magie. Halbenschlag. Ich will, dass Cloud seinen Fernkampfangriff macht. Er tut's halt nicht. Wie nervig kann ein Kampf eigentlich sein, ganz ehrlich? Kann der mal nachladen oder wie ist das jetzt? Jetzt. Gut, verstehe ich halt nicht. ATB-Liste fühlt sich halt auch überhaupt nicht auf. So, jetzt muss ich eine Magie-Liste, eine ATB-Liste verwenden, um mich zu heilen. Was zum Fick. Was zum Fick. Was zum Fick. Du hast mich unterschätzt. Jetzt wird's nach. So. 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 Was? Langsam? Ich bin Rufus Shindra. Wenn der Kampf die halbe Stunde Macke gemacht hat, mache ich den Offscreen. Dann guckt euch mal seine HP an. Sag ja, wie nervig kann dein Kampf eigentlich sein? Dieses immer wieder zurückgestoßen werden. Das greift dann direkt an. Das möchte ich eigentlich nicht, aber tut es trotzdem. Rufus Shack, deine Mama. Rufus Shack, das will ich nicht. Warum? Da spare ich wie ein Fuchs auf eine volle ATB-Leiste und dann das. Ja, ich stehe nicht blöd rum, greife ihn doch an. Meine Fresse, was ist los mit diesem Spiel? Ganz ehrlich. Das bin ich sehend. Ziemlich schwach. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Du bist die Karrieste. Ich gebe nicht auf. Was hier wird nicht, vielleicht du wolltest dich mit uns einlegen. Oh nein, ist das Darkstar. Oh nein, versuch's doch. Ha, und die Wellen weiß ich nicht. Scheiße. Wie kann man das eigentlich wieder... Oh, Touchpad-Taste drücken. Militärischer Kampfhund, der zu Rofos persönlichem Schutz abgerichtet wurde. Oder er ist eine besondere Zichtung, die von Shinra's Vorstückabteilung zusätzlich verstärkt wurde und gehorcht seine Meisterauswart, ein äußerst verlässlicher Mitstreiter. Um es dir schockanfällig zu machen, kannst du ihm entweder eine gewisse Menge Charme zufügen oder die Verbindung zu seinem Herrchen kappen. Gute Chaos wird sich wohl noch einige Schwerken fast machen müssen. Ja, bitte rede ich mir nicht. Ihr warst schon auf die Waffe, Soldat. Kein Sinn. Jetzt steigen Sie. Eigentlich ist Ubus schon gerade das Ziel. Wundendusseppig, ne? Die Beschlachter. Ich zieh nichts. Maul Pack auf, Alter Ich bin tot Lieber Das war's dann Na klar 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 Barret? Hey, da bist du ja. Vor der dämlichen Katze fehlt leider noch immer jede Spur. Okay. Er ist hochgerannt. Keine Spur von Kent. Jetzt bleibt er nicht stehen. Wir wollen doch nur reden. Im Backstage-Bereich sind wir jetzt. Wir haben eigentlich wahrscheinlich normale Leute keinen Zutritt. Aber es ist ein dringender Unfall. Es geht um den Planeten. Über dieses Wet Floor Schild. Eine Waffe. Scheiß mir ins Gesicht. Was ist das? Oh. Eine Waffe für Yuffie. Nice. Echt jetzt? Junge. Tu das nicht. Viel Erfolg. Dir auch. Du Drecksack. Was bildest du dir ein? Ich kann das erklären. Wie sehr man sich doch in jemandem täuschen kann. Für einen Moment hatte ich dir echt vertraut. Hätt's besser wissen sollen. Barret! Tu's nicht! Ha! Das Vieh ist die Kugeln wirklich nicht wert! Wie konntest du das bloß tun? Wie konntest du das bloß tun? Voll mies! Wir hätten dir niemals trauen dürfen! Er hat es nicht anders verdient, Aerys. Ich hätte sie nicht so ins Herz schließen dürfen. Ich hätte sie nicht so ins Herz schließen dürfen. == Der invited auf die Ere. Dann ist der Kader. Dieser Kater. Ich bin echt sauer auf ihn. Er kriegt dafür bestimmt eine fette Beförderung. Das heißt, dass er uns die ganze Zeit angelogen hat, oder? Wenn ich nur darüber nachdenke, könnte ich platzen vor Wut. Aerys, alles in Ordnung? Ich dachte immer, ich hätte ganz gute Menschenkenntnis. Vergessen wir ihn. Und was jetzt? Shinra will sich bestimmt auf die schwarze Materie akrallen. Wir müssen hinterher! Und wohin bitte, Fräulein Naseweiß? Wo der Tempel ist, weiß nur... Katschi, oder? Vom Tempel weiß ich nichts. Aber die Helikopter der Turks kann ich finden. Und wie? Ich kenne die Frequenz, auf der sie senden. Wenn wir ihre Funksprüche abfangen, ergibt sich der Rest. Der Kleine hat ein eingebautes Funkgerät. Das ist ja perfekt! Gut, dann gehe ich schon mal alles vorbereiten. Jo! Das wird schon. Wir werden den Tempel finden. Die schwarze Materie... ...behört uns. Na nie? Clown! Ein Anruf von Gobi. Moment, ich verbinde. Wie geht's? Wie steht's? Hier ist euer Lieblingsspröschling der Goblins. Gobi! Lange nicht gehört, was? Ich bin endlich fertig! Die nächste Prüfung kann also beginnen. Wenn ihr den Wüstenschatz immer noch haben wollt, dann kommt doch mal beim Reaktor Nummer 3 vorbei. Ich erwarte euch dort! Ciao! Die Suche nach dem Wüstenschatz kann also weitergehen. Ja geil! Das heißt, wir können bald die Protosubstanz hier endlich finalisieren. Und eine neue Sidequest ist noch dazugekommen, wie ihr seht. War also doch noch nicht fertig. Noch andere dazugekommen? Oder ist das nur... Das ist nur in der Coral-Region. Kartenspiele gibt's auch. Ja. Mittlerer Ozean, da gucken wir uns auf jeden Fall auch noch rum. Da wollen wir noch gar nicht. Aber ich würde sagen, das stellen wir erstmal hinten an, bevor wir jetzt noch nicht die Protosubstanz hier unsere eigenen nennen können in der Coral-Region. Dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Wie gesagt, Kartenspiele sind so ein bisschen Zeit vertreibt. Das mache ich dann offscreen. Aber die Protosubstanz ist halt wichtig. Deswegen machen wir das jetzt als nächstes. Ja, Kitschi ist weg. Aber hat sich Vincent in unserer Gruppe angeschlossen? Nein, hat er nicht. Aber ich wette zu 1000 Prozent, dass er das noch tut. Das wäre so geil gegen Ende des Spiels. Zumindest im letzten Bosskampf, wenn nicht, würde ich ihn gerne dabei haben. Wenn er dann auch Level 50 ist, dann wahrscheinlich gehen wir mit Level 50 dann da rein. Das wäre schon echt nice. So. Ich werde jetzt nochmal die Waffe für Yuffie ausrüsten. Werden wir nochmal kurz meine Materia checken. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, es geht weiter. Wir werden schon mal den Buggy machen. Ist auf dem Weg natürlich zur Protosubstanz, wie ich gesagt habe. Kümmern wir uns jetzt erstmal darum. Wo es dann anderweitig weiter geht. Da ist eine Schokobohaltestelle, die habe ich noch nicht. Nehmen wir. Wir werden kurz raus. Ein weiterer Schnellreisepunkt. Und natürlich eine Goldfeder, die ich noch kriege. Ah, das kann sich doch sehen lassen. Nice. So, das scheint eben zu sein. Mini-Reaktor. Mal sehen, wo wir hin müssen, um wieder eine Aktor-Pose zu machen. Andere Seite. Einmal drumherum. So, da ist die Statue wieder. Dann suchen wir doch mal den passenden Felsen zu dieser Statue. Ja, bleibt ja uns wohl nichts anderes übrig, ne? Ja, gedrückt halt. Also in die Richtung. Kann den Kaktor nicht benutzen, während ich Buggy fahre, oder? Doch, kann ich. Praktisch natürlich. Ich habe schon gedacht, ich müsste laufen. Ja. Ich wette zu 100% in dieser Höhle. Mist. Ich habe mich getäuscht. Ah, hier. Können wir hochklettern. Ja. Wird es wahrscheinlich sein. Aber das muss doch in die Höhle. Gucken wir mal. Was sagt die Karte? Ne, in der Höhle war ein Kampf. Das wird es dann wahrscheinlich also nicht sein. Gucken wir nochmal. Ist er unterirdisch? Gar nie. Da geht es doch nicht unterirdisch, oder? Ich werde mir erstmal hier hoch und gucken dann. Oder Kaktor in Zeit. Ah, hier. Was ist denn runter? Geht zum... Geht durch? Okay, ich werde mal aufsgehen gucken, wie ich da runterkommen will. Bis gleich. So, hier scheint ein Weg jetzt runterzuführen. Also man muss einmal quasi hier auf die andere Seite. Dann kommen wir jetzt hier runter und dann da rein. Ich bin von da runtergeklettert. Ja, da klettern sie noch. Nicht, dass ich aus der Siem wieder hochkletter. Das sieht gut. Das sieht gut. Ich bin der Siem wieder hochkletter. WTF? Ich probiere hier noch ein Fähigkeit-Level. hat er irgendwie eine schwäche in der elementare 5.000 Stacheln, fuck you ey 5.000 Stacheln, fuck you 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 Dreckiges Kaktor-Schwein. Geschafft. Guck mal, den Schwanz kann ich noch bewegen. Also, ich finde das witzig. Das ist schön für dich. Okay, wir können wieder zum Reaktor. Gott sei Dank haben wir dann eine Schoko-Haltestelle direkt in der Nähe. Den Rest können wir auch laufen, es ist nicht so weit. Wir tauchen uns mal. Heilung. Dann würde ich auch sagen, wenn wir am Reaktor angekommen sind und mit ihm gequatscht haben und die Katzen uns angeschaut haben. Gucken wir mal, wer diesmal die Prüfung absolvieren muss. Ich tippe natürlich auf Red, weil er diesmal die Pose gemacht hat. Das kann aber auch natürlich sein. Letztes Mal hat Juffy die Pose gemacht und Aerith muss da ran. Es wird auch zum Beispiel sein, dass es jetzt Barret ist oder so. Also, kommen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob wir das alles zeitlich heute hinkriegen, aber ich würde sagen, ja. Dann haben wir die Protosubstanz hier abgeschlossen und dann können wir auch noch die Sidequests hier in dieser Region machen und dann geht es weiter. Open it up. Don Corneo. Das darf doch alles nicht wahr sein, ihr kleinen, miesen Verräter. Huhi, huhi. Dabei hat der Don euch vom Samen auf groß gezogen. Und so dankt ihr es ihm nun. Wie widerwurstig kann man eigentlich sein? Ha. Hört ihr euch eigentlich selbst zu? Sie waren doch nichts als Wegwerfsoldaten für euch. Huhi, huhi. Macht ihr euch jetzt doch über mich lustig? Ich hoffe, ihr wisst, was euch blüht. Ihr seid wohl die unwürdigsten Schatzsucher, die mir je untergekommen sind. Und jetzt verschwindet. Ich hab Gäste. Wafu? Was machst du denn hier? Hä? Das ist doch alles eure Schuld. Ihr Clowns habt schließlich meine Pläne zunichte gemacht. Tief getroffen von seinem Rauswurf aus den Goldschausern. Kämpfte sich der Don durch die Wüste und landete schließlich hier. Ein einziges Bekehr. Ein kurzes Päuschen an dieser kleinen Oase. Wurde ihm nicht gewährt. Stattdessen. War Notwehr. Schließlich wolltet ihr euch den Wüstenschatz unter den Nagel reißen. Red keinen Scheiß. Jedes Kind weiß, dass alle Schätze dieser Welt ganz allein Don Corneo gehören. Ein Torneo landbaut sich nur mit entsprechenden Devisen auf. Geht das nicht in eure Spatzenherde. Ich will diesen Schatz. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich will. 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 Hier ist ein taktischer Rückzug angesagt. Sollen die doch die Drecksarbeit machen. Wir luchsen ihnen den Schatz ab, sobald sie ihn sich geholt haben. Ich will. Ich will. Der Carnel-Clan zieht sich zurück. Auf bald. Leb wohl. Tschüssi. Endlich sind sie weg. Dann können wir ja jetzt loslegen. Bereit? Was ist an dem jetzt so besonders? Ist doch das gleich wie nur ein Bond. Klau, das ist eine spezielle Unterart von Kaktoren. Aufgrund ihrer überaus seltenen Färbung werden sie unter ihresgleichen als Helden verehrt. Ich brauche unbedingt die Daten dieses Kaktos. Nun denn, möge die dritte Prüfung beginnen. Ah, es ist wieder Yuffie. Gut, für Anfänger bekommen wir ein Gigaspray. Auf Fortgeschrittene bekommen wir ein Kosmotit. Und Dunkelmaterie drei Stück auf Profi bei 4000. Gut, wir können die erste Runde zusammen machen. Dann mache ich den Rest auf Screen, falls ich es nicht schon direkt auf Profi schaffe. Weil ich will die Dunkelmaterie haben. Das ist für irgendwas zum Herstellen, für später wahrscheinlich. Wenn wir auf Maxi-Stufe sind, was die Synchronisierung angeht von Gegenständen. Bin ich mal gespannt, was das gibt. So, die sind magisch. Wir haben jetzt ja Verbannung, was mehrere treffen sollte. Gut. Das ist gut. Das ist doch... Alles in Ordnung. Das ist doch... Aber nein. ци격. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für mich, und das war's für mich. Oh, Verwarnung. Shit. Das kann echt nicht sein. Wow, echt? Okay. Das Punkt 2 habe ich geschafft. Was ist er denn jetzt? Das Punkt 2 habe ich geschafft. Das Punkt 3 habe ich geschafft. Das Punkt 3 habe ich geschafft. So, wir haben eine Verbannung. Der Stütz. Das gibt's alles nicht. Jetzt bin ich baff. Ihr habt's wirklich drauf. Insgesamt sollten es doch vier Teile sein. Hm, völlig korrekt. Euch fehlt nur noch das Teil aus Reaktor Nummer 4. Bin ja gespannt, ob ihr euch bei der letzten Prüfung endgültig als würdig erweisen könnt. Gut, ich hab's direkt auf Profi abgeschlossen. Nice. Wenn ich will, kann ich's nochmal wiederholen. Und wenn wir die Protosubstanz haben, haben wir übrigens auch die Coral Region komplett abgeschlossen. Was diese Feldforschung angeht. So. Der nächste ist hier. Ich werd auch screener hingehen. Wir sehen uns gleich. So, dann haben wir die nächste Statue. Nur noch einen letzten Felsen gilt es zu finden. Dann wartet endlich der Schatz auf uns. Das ist richtig, Chatly. So. Muss immer hin. Ne, in die Richtung. Gut, dann werden wir das hier noch in der Folge schaffen. Ich werd mal auf screener hingehen und meld mich gleich wieder, sobald ich den Felsen gefunden hab, ne? Bis gleich. So, ich glaub ich hab's gefunden. Am besten hier zur Schokobohstelle, äh Haltestelle. Das muss dann hier irgendwo da oben sein. Viel geklettert wird's hier wieder. Da drüben. Zeit wieder für Spider-Man Action. Zeit wieder für Spider-Man Action. Neun Bereiche entdeckt von der Wüste. 1-S. 12-S. Was nun? wieder kämpfen blüten karaktor ja 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 Das war's, dann. Das war's, dann. Das war's, dann. Das war richtig knapp. Das war's, dann. Von mir aus kann's losgehen. Tiefer. Der Wüstenschatz ursprünglich aus einer anderen Welt stammt. Und haltet euch fest. Es heißt, sein wahrer Besitzer sei ein legendärer Schwertmeister. Ein legendärer Schwertmeister? Genau. Vermutlich gibt Gobbi uns deshalb all diese Prüfungen. Er möchte klar auf die Probe stellen. Für diese letzte Prüfung strömt die Kaptoren bereits von überall her zusammen. Macht euch auf einen harten Kampf gefasst. Aber ich bin mir sicher, dass ihr auch den meistern werdet. Viel Erfolg! Na dann mal los. Gut. Ab zum Reaktor. Wir sehen uns gleich wieder. Dann mal rein in die gute Stube. Willkommen! Schön, dass ihr zur letzten Prüfung antreten wollt. Auf eurem Weg hierher musstet ihr euch bereits unzähligen Kaktoren stellen. Kennt ihr die Chroniken des Gebieters? Dort heißt es, dass der Wüstenschatz einst aus einer anderen Welt hierher gelangte und sein wahrer Besitzer ein legendärer Schwertmeister sei. Gemäß den Worten der Heiligen Schrift haben wir den Wüstenschatz seit Generationen beschützt. Und nun bin ich gespannt, ob einer von euch tatsächlich dieser legendäre Schwertmeister ist. Natürlich! Ich mach das schon. Schatz, hab ich verbrechen Sie! Scherber, spielen, wollen Sie! Evi, 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 Tobi! Ihre Verteidigung zu durchbrechen ist quasi unmiss. Solltet ihr sie dennoch bezwingen können, werde ich euch den langgehüteten legendäres Wüstenschatz anvertrauen. Nun denn, beginnen wir also mit der letzten Prüfung. Auf geht's! Okay. Rücken Materie gibt es wieder drei Stück. Kostet mir nicht in den Trocken, Äther. Hoff, wir brauchen hier 4000. Okay, um das Ganze jetzt nicht noch unnötig in Länge zu ziehen, weil sonst geht die Folge wieder ein bisschen zu lang, werde ich das ausgemachen. Und wenn ich es geschafft habe, melde ich mich dann gleich wieder, okay? Alles klar, bis gleich. Ich glaube, die Mindestpunktzahl erreicht, immerhin. Wahrhaftig. Ihr habt die Prüfung bestanden. Der legendäre Schwertmeister ist zurückgekommen. Ganz genau wie in den Chroniken beschrieben. Und doch, gibt es noch etwas, worum ich dich bitten möchte? Nicht so voreilig! Versuch's erst gar nicht. Seit Legenden oder Gebieter oder was auch immer. Aber der einzig wahre Besitzer dieses und jedes anderen Schatzes auf unserem Planeten ist Don Koneo! Ihr habt gehört! Und jetzt drückt endlich diesen verdammten Schatz raus! Was passiert jetzt? Ihr Schurken! Ihr wart es, meinen Schatz an euch reißen zu wollen! Ihr friebelhaften Narren seid nicht würdig, den Namen Genji überhaupt in den Mund zu nehmen! Was wird das denn jetzt? Bleibt zurück! Den Schatz zu beschützen ist immer noch unsere Aufgabe. Menschen mit einemм Und in der Schatz zu beschützen ist nicht nur die Wirkungen những remember. Wist du siehst? Es ist die Rache, die Rache und wieder zurücklässchen! Wir schicken siehst! Genji erster Abläuern! Berdung ist Gute! Aber es gibt uns die Rache. Bist du siehst? Wähl nach, wer? Schieb! Glaub nicht, du hättest uns damit am Boden. Der Corneo-Clan hat nämlich schon ein neues Ziel. Und nach unserem Aufstieg wirst du noch auf Knien um Gnade flehen. Geh dir. John! Dann mach ich dich und deine ganze Stachelsippe hier fertig, klar? Goblin-Gulasch mach ich aus dir! Okay, kommen wir zurück zu dem, was ich vorhin sagen wollte. Würdest du gegen mich antreten? Ein Duell mit dem legendären Schwertmeister will ich mir nicht entgehen lassen. Von mir aus. Okay. Das musst du ja auch noch machen. Ja, dann. Das müssen von der Normabweich der restlichen Prüfung, zeig ich euch das. Ist das alles? Wow. Okay, das ist der, als es aussieht. Ich muss sagen, ich habe ihn ein bisschen unterschätzt. Können wir mal noch sehen. Gobbi. Dieser Goblin fällt aus der Rolle, denn er interessiert sich für die menschliche Kultur und hat sich die Sprache der Menschen selbst beigebracht. Ein Walter Pakt verbindet ihn mit den Charaktoren, mit deren Hilfe er den Wüstenschatz bewacht. Wenn du einen Treffer gegen ihn landest, nachdem er seinen Goblinschlag oder andere Technik mit präziser Abwehr abgewehrt hat, kannst du ihn schockanfällig machen. Kämpfst du längere Zeit ohne ihn zu schocken, entfesselt er mit seiner Gesichtsmassage einen mächtigen Angriff. Okay, alles klar. Habe ich mächtige Abwehr? Verdammt. Das war's dann. Das wird so nichts. Hat sie mächtige Abwehr? Stehlen können wir, glaube ich, nicht zu. Was ist das für ein Kampf, Alter? Was ist das für ein Kampf, Alter? Gehör'n uns nochmal. Oh, danke, Aerov. Wow. Kann sein Angriff nicht ausweichen. Ja, ich bin. Hm, 1999. Immer auf die Schwächsten. Ja. Hm. Der Wüstenschatz gehört wirklich und wahrhaftig in eure Hände. Unsere Aufgabe ist hiermit beendet. Und ab morgen können wir unsere eigene Geschichte schreiben. Ja, das werdet ihr sicher. Sollten wir uns eines Tages wiedersehen, würde ich mich über einen erneuten Kampf freuen. Klar. Du hast Cobbys Prüfung bestanden und wurdest von ihm als legendärer Schwertmeister anerkannt. Die Charaktoren haben sich anlässlich dieser Leistung eine besonders knifflige Aufgabe einfallen lassen und warten mit einem Missionsmodus beim Charaktorenkrawall auf, den nur ein wahrhaftig legendärer Schwertmeister bestehen kann. Jetzt gucken wir uns noch die Fotosubstanz natürlich an. Die Cutscene kommt wahrscheinlich jetzt. Die Cutscene kommt ja. Die Cutscene kommt ja. Das ist ja auch das. Das ist ja auch das. Das ist ja auch das. Schon wieder? Du warst es, der den Sandriesen kontrolliert hat. Stimmt's? Angelockt vom Ruf Genjis kam ich geschwind, nichts als Sand und brütende Hitze vorfindend. Du schon wieder? Komm, stoßen wir auf den Mond an. Ich verzichte. Eine solche Einladung einfach auszuschlagen zeigt, dass du keine Manieren hast. Was erwarte ich auch von einem Dieb? Einem was? Wie soll ich dich denn sonst nennen? Dich, der sich das Eigentum anderer unter den Nagel reißt. Sechs Teile meiner Genji-Ausrüstung. Helm, Brustpanzer, je zwei Arm- und Beinschienen. Alle gestohlen. Nur ein Teil meiner Ausrüstung ist mir geblieben. Einzig und allein. Der Genji-Schild ist noch mein. Eine weitere Protosubstanz? Ich sagte doch, das ist meine Ausrüstung! Wenn ich alle sieben Teile zusammen habe, erlange ich meine Erinnerung zurück. Dann werde ich endlich wieder wissen, woher ich kam und wohin ich gehen wollte. Kämpfen wir! Ein Duell auf Leben und Tod um die Genji-Ausrüstung. Ich bin Gilgamesch, der einzig wahre, legendäre Schwertmeister. Und der schicksalhafte Ort unserer Begegnung soll sein... ...GILGAMESCHS INSEL! Du kannst doch... Ach, gar nicht, wie sehr ich den Tag herbeisehne, an dem sich unsere Klingen schreuzten! Du kannst doch... ...GILGAMESCHS INSEL! ...GILGAMESCHS INSEL! Du warst großartig, Cloud! Ich habe eine Landmasse im Meer geortet, die bisher noch nicht an dieser Stelle war. Es ist kaum zu glauben, aber... ...eine neue Insel ist entstanden! Oh, okay! Ich bin mir sicher, dass dort der legendäre Schwertmeister und seine Ausrüstung warten. Meine Aufregung lässt sich nicht mehr unterdrücken! Welche Daten werden uns wohl auf dieser neuen Insel erwarten? Cloud! Unsere Suche nach der Protosubstanz nähert sich ihrem Höhepunkt! Danke, dass du mich auch weiterhin unterstützt! Kein Ding, Shady, machen wir doch gerne! Das heißt also, wir müssen zur... Ah, okay! Das ist... also Teil des offenen Ozeans! Toral Region! Protosubstanz von Gobbi! Jawohl, ja! Toral Feld Forschung Stufe 2! Okay! Das heißt, wir müssen so oder so aufs offene Meer hinaus, um die Protosubstanz zu bekommen! Das war ein... ...guter Hinweis! Und ja, ich hatte es ja schon so ein bisschen gespoilert, ne? Die Esper, die wir hier sehen, ist Gilgamesh! Auch bekannt als Online Final Fantasy Teilen und... Mal sehen, wie der Kampf gegen ihn wird! Ich bin sehr gespannt! Ja, das wird bockelhart am Ende! Mal gucken! Vielleicht ist auch die Mindestvoraussetzung Level 50, aber... sehen wir dann, wie wir dann dort sind! Ich werde mich schon mal dann ready machen für den Kampf! Wird nochmal ein bisschen... ...was erledigen gehen! So ein paar kleinere Minispiele, etc. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 7 Rebirth! Dann werden wir uns... ...einer Sidequest noch widmen! Und die Protosubstanz holen! Je nachdem, wie viel Zeit da noch bleibt! Machen wir mit der Mainquest dann weiter, ne? Alles klar! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 7 Rebirth! Cheers! LK-Inigue 1 Untertitelung des ZDF, 2020